ist er schon durch ist er schon im raum da in dem kleinen raum oder was doch 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 ein kleines ich glaube eigentlich das machst du schon nicht getroffen ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig weg die wand davon auf da vorne werden auf dem schreibtisch da unten links da sitzt valkyrie ich war doch auch legte claim heute hier Ah, aber es ist spät. Oh oh. Sicher, du musst rein, du musst rein, du musst rein. Oh, die Tür, die Tür liegt, die Tür! Nein! Der war... Der stand da ganz... Das Ace vielleicht ein wenig verfehlt. Nur ganz klar. Hast du ihn nicht gesehen? Hm, hm. Oh man. Oh man, das wär's jetzt gewesen. Ich wollte unbedingt in den Raum. Okay, das war jetzt eine. Ah, hab eine noch, warte mal. Schaff ich das noch? Okay, die bringen sich selber um. Nicht da, nicht Clemens, nein, Clemens, nein. Wo, wo, hier, da, da oder hier? Lauf Clemens, ich will zumachen. Haben wir immer noch zwei? Also wir haben auf jeden Fall ein Blackbeard. Nichts zu machen. Alter, sag doch einfach was. Ja, Clemens macht hier Kopfmähne und ist einfach was sagen, der Hund. Mache zu. Wie gesagt. Lol, entwürdet, mach doch zu du dumme Stück Scheiße. Nach oben und unten heißt ja mittlerweile, ne. Du hast ja erst mit Kopf gescheit. Hey, auf der Game Bar. Ja, easy, bestimmt. Wie kommt's? Ash, 20 HP. Wie weiß es denn? Wo ist er letztlich? Hat Ash-Blendgranaten? Geht nicht auf. Das war Ash, ich habe Assist bekommen. Die hat Blindgranaten. Hallo Ash, wir haben doch da eine Leiche. Ash ist tot. Ja, schon klar. Ich wollte nur mal fragen, ob die Blindgranaten hatte, weil ich von einer getroffen wurde. Ja, hat sie. Ne, wenns dein Ernst? Matt, hast du hier vier bei. Clemens riechen den Beinen weg. Ich mach mir jetzt ne schöne Tür. Schön? Doch, das ist das schön. Lass mal. Bring ihn um. Aua. Bruder, ich hab Shotgun. Clemens, du bist ein Vollidiot. Aaaaaaah! Vor allem haut er das komplette Magazin raus. Und die letzten... Wie hast du mir nen Headshot gegeben? Das war voll... Das war Aim-Pro. Links ist noch jemand. Komplett links. Mit wem redest du? Mit wem redest du? Mit mich? Mit Mario. Toll, da hat sie wieder geschafft aufzustehen? Noch jemand? Weiß ich nicht. Wer hat denn schon Gegner gesehen? Dummer Untermann. Ja, der links weiter links ist doch keiner mehr. Ja, der hat den... Das war der Typ, den du grad getötet hast. Ja, der hat den... Das war der Typ, den du grad getötet hast. Das waren... Wieso wiederbelebt? Das waren zwei Typen. Ja, ich dachte jetzt das wäre äh... Also der, der jetzt bei mir liegt hier auf der Kamera. Ich dachte das wäre der, der den ich da getötet habe. Wieso ist die abgefangen worden? Wo ist der Scheiß-Eco-Drohne? Wow. Wo ist der Raum zu dem eigentlich? Ey, du bist nicht rausgeflogen? Leute! Wo ist der Scheiß-Raum? Unter dir! Du weißt doch... Arsenal-Raum. Arsenal-Raum. Okay. Komm, komm mal mal hin. Ne, lass ich jetzt in Europa... Ich bin doch nicht ins Loch, wenn der aufgesplenkt wird! Team... Team... Team-Spiel ist on. Jetzt habe ich schon gedacht. Scheiße. So ein fucking chaotisches Team. Wollen wir... Komm, aber jetzt mal ohne Witz. Lassen wir jetzt nicht mehr beleidigen. Wer beleidigt denn? Wer beleidigt denn? Ja, das ist ja nicht so unser Mensch. Dann sei doch einfach mal leise, Clemens. Links ist äh... Puls, das kennt dich. Mario durch die Tür da, ne? Durch die Tür da. Ja, wird irgendwas sein, Mario. Ich mach schnell! Ihr habt nicht mehr lang. Links. Links. Da, da, da. Schön. Mach die Tür auf! Pass auf, Kapkan-Falle! Äh, da heißt der Kapkan-Falle! Kapkan-Falle. Reinkriff? So jetzt rein, 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 rein. Du hast Zeit! Du hast Zeit! Mach die Wand auf, mach die Wand auf! Du hattest von dir die Wand auf! Du hattest von dir die Wand aufmachen können. Da sind wir so ein Schlegel... Mach schießt mit deiner Ladung. Mach die Wand auf, dann kannst du rein. Du hattest sogar Kapkan damit erwisch mit der... Ey, es tut mir echt leid. Ja, aber warum bist du nicht rausgeflogen? Du hast doch zwei Kills. Weil bei uns war es nämlich immer zwei Kills. Boah, jetzt wird das auch gemutet. So. Warum haben die... Was haben die eigentlich für ein Problem, diese Leute? Weiß ich nicht. und... on-zone, detected! and... oh! kill! Woa! Hat der nicht gemacht! Das gips nich! So, ich mach mal. Au! Zwei kills! Das gibt's nicht. Ich stehe, du machst mir Angst. Ja, ich mir selber. Da hinten ist einer. Dann kill ihn doch. Ich seh ihn, er liebt. Einer ist verletzt. Was? Warte, 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 warte. Lass mir den letzten Kill. Da seh ich schon keinen Ace. Wollte grad drauf ballern. Mit der Scheiß? Ja. Alter, was denn Wexler. Was denn Arschloch, Alter. Ich, ich lieb sowas wie Chris. Das ist aber geil. Das ist so hart, Assi. Darf kann man dich doch nur hassen. Was? Ich möchte gerne, dass du da aufmachst. Was? Ich möchte gerne, dass du da aufmachst. Was? Du bist, äh, Cabrera. Nein. Bleib einfach stehen. Kannst du bitte das obere da aufmachen, bitte? So, sag mir wo. Es bleibt stehen doch hier. Nur die obere Leiste, nur die obere Leiste. Ja, wenn du dich noch so behinderter hinstellst, ne? Du sollst doch einfach nur die Scheiß hier aufmachen. Was denn? Ah, wo markiert ist. Kann man denn nur so scheiße sein. Danke, aufmachen. Ich spiele halt mit Profis zusammen. Wissen wir, das ist einfach geil. Da hat man hier schön direkt einfach in den Raum. Da ist wieder ein Thema, ähm, bei dem Tisch ist einer. Ja. Also, da vorne ist ja so ein kleiner, ne, ich nicht da war einer. Der ist verdammt. Bei mir ist er. Direkt. Bei mir. Da. Parkiert. Oben ist Cabrera. Verhört mit. Oh, ups. Ich hab mich selbst getroffen. Ich hab mich teilweise hingedrängt. Ich wusste, dass du das machst. Das ist unfallig. Was ist das? Ich hab das irgendwie schlimmer im Gefühl. Ich glaub, bei Friendly Fire ist das nicht so schlimm. Ich will es nicht wissen. Oh, ich bin gar nicht so schlimm. Puh. Ich war anders tot. Was hat schon der wird noch. Ich hab die Cam's. Mario ist da. Oh. Mario. Du bist aber schnell mit der Pizza gewesen. Alter, hast du die mit Edge Stäbchen gegessen oder was ist los? Ich hoffe, sie finden mich nicht. Sag mal, welche Angreifer haben MP-Waffen? Markiert! Ich hab irgendwie ne Shotgun. Wo geht ne Wand auf? Im Raum. Echt ein nicer Spot. Nicer Spot, Krämer. Ja. Es ist rein, es ist rein, es ist rein, es ist rein. Vorne. Nexion, rinnen durch. WTF? Krämer. Holy shit. Das war einfach nur Dropshot. Du hast nix mitbekommen. Warum hat die dich nicht umgebracht? Ach so. Ich weiß nicht, wo die waren. Ich hab doch einen beim reinschwingen, den einen hab ich doch gekillt. Das hast du ja mitbekommen. Weißt du, was dann war? Du standest da, ne? Du hast zu Michi geguckt. Und dann stand Valkyrie direkt links neben dir. Aber sie hat gerade ihre Kugeln verschossen. Das hat man sich nicht umgebracht. Die hat ihre Munition verballert. Geht dann zur Seite, lädt nach und bist dann zu Michi kurz hingegangen. Die stand da verdreckt. Das klasse war, ich bin zu Michi gegangen und eigentlich hätten wir verloren. Aber nachdem unser weißer Bike nicht komplett leer war, konnte ich noch mal reingehen. Das ist mir so aufgefallen. Ich geh so raus, denk mir so, wieso geh ich zu Michi? Wir verlieren, wenn ich jetzt da draußen bleib. Weil die Zeit abgelaufen ist. Geh wieder rein, schaust du auf die Bike und denk mir, das war eine halbe Millisekunde. Und das größte Befahrfachheit, dass Valkyrie ihre Munition verballert hat. Und die stand halt quasi direkt neben dir. Die hätte dich sowas von euch wegholen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.